Musik Nun zu den Faktor Mir wurde am heutigen Montag um 8.30 Uhr in Anwesenheit von DFB-Arzt Dr. Josef Schmidt und eines Notars eine Haarprobe entnommen Ich werde den Nachweis meiner Unschuld erbringen Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe This task stuff This task This task This task This task This task Bis dann, bis dann. Bis dann, bis dann. Bis dann, bis dann. Bis dann, bis dann.